Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich ein paar Fragen mit dir durchgehen, die dir helfen können, dein Leben positiver zu gestalten. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Fragen und sie verändern komplett mein Leben, weil wir uns unbewusst viele negative Fragen stellen, wie warum passiert das gerade mir? Warum bin ich so ein Pechvogel? Ist das jetzt die Strafe Gottes? Solche Fragen stellen sich viele Leute immer wieder unbewusst. Bin ich zu dumm dafür? Wenn du dir die guten Fragen stellst, also wirklich gute Problemlösungsfragen, kann das dein Leben komplett verändern. Das habe ich von Anthony Robbins in seinem Buch, das werde ich dir auch unten verlinken. Da geht er sehr darauf ein, wie machtvoll die richtigen Fragen sind. Und zwar, wenn unser Alltag davon begleitet ist, dass unser Bewusstsein unbewusst ist und wir uns ständig unbewusst Fragen stellen, können wir sehr unglücklich werden. Das heißt, im Alltag ist es oft so, eine Frage, die sehr hervorherrschend ist und die wir überhaupt nicht bemerken, ist, auf was fokussiere ich mich gerade? Auf was fokussiere ich mich? Beobachte dich mal, auf was fokussiere ich mich jetzt gerade? Das ist eine Sache, du kannst dir eine Erinnerung ins Handy einspeichern und dich jede Stunde erinnern, auf was fokussiere ich mich gerade? Und dann erwischst du dich, bei mir war das der Fall vor einigen Jahren, wo ich den Test gemacht habe, dass ich geschockt war, in welche negative Richtung meine Gedanken, also die waren ständig im Streit mit gewissen Personen in meinem Leben oder Situationen, die gerade nicht so gut liefen. Da war ständig mein unbewusster Fokus. Und ihr wisst, wir sind sehr mächtige Schöpferwesen hier auf dieser Erde. Das, worauf ich mich fokussiere, wird immer da sein und Energie behalten und eventuell sogar größer werden. Das bedeutet, ich kann jetzt schauen, auf was will ich mich fokussieren? Wenn ich schon diese Frage mir stelle, dann gebe ich in mein Navi ein, in mein Unterbewusstsein, dass ich in eine ganz andere Richtung dieses Mal möchte. Und wenn ich schon mit dieser Frage in den Alltag reingehe, auf was will ich mich denn heute fokussieren, muss ich ja überlegen, was denn, was denn, was denn? Ah, ich möchte heute Freude spüren, inneren Frieden, Akzeptanz, liebevoller sein mit meinen Mitmenschen. Ich möchte heute Erfolg fühlen zum Beispiel. Und das schreiben wir uns einfach auf und gehen in den Alltag. Das macht schon ganz viel aus. Vor ein paar Jahren, ihr Lieben, das ganze Zeug, was ich jetzt hier erzähle, war für mich Quatsch. Ich war überzeugt, dass es ein Schicksal gibt und das war's. Aber dass ich Einfluss habe mit solchen einfachen Tools, hätte ich niemals gedacht. Ich habe es für mich jetzt jahrelang genutzt und merke, es verändert mein Leben schon fast dramatisch ins Positive. Also wirklich, das ist total krass. Also frage dich, auf was will ich mich denn fokussieren? Zum Beispiel möchte ich mich darauf fokussieren, was es gerade für Probleme gibt? Das, was ich nicht habe, das, was fehlt? Oder das, was ich habe, das, wofür ich dankbar sein kann? Auf was möchte ich mich von diesen beiden Sachen fokussieren? Das, was fehlt? Das, was wehtut? Oder das, was bereits da ist, wofür ich wirklich dankbar sein kann? Weil du kannst dich fragen, wie kann ich glücklich, gesund, erfüllt sein, wenn ich ständig an etwas denke, was fehlt? Es fehlt zu meinem Erfolg noch diese und diese Schritte. Es fehlt noch das große Haus, weil dieses Haus ist zu klein. Mir fehlt noch Geld. Mir fehlt erst, wenn ich eine Beziehung habe oder erst, wenn ich den und den Mann oder die Frau habe, dann erst bin ich glücklich. Wenn wir so denken, sind wir immer im Mangel. Wir senden, gemäß des Gesetzes der Anziehung, was Esther Hicks auch in ihren Büchern sehr schön beschreibt, sie fragt immer, sendest du gerade den Mangel aus oder die Fülle? Das, was wir ständig fühlen, ziehen wir an. Und ich hatte mich damals erwischt, dass ich ständig im Mangel gefühlt habe. Ständig war in mir der Mangel. Es fehlt noch das, es fehlt noch das, es fehlt noch das. Und erst dann fühle ich mich gut, wenn das und das erreicht ist. Nachdem ich das gemerkt habe mit den ganzen Büchern, war ich erst mal schockiert. Ich arbeite aber noch heute noch dran, muss ich ganz ehrlich sein. Ich arbeite heute noch dran, morgens meine Absicht zu fassen, sodass ich mich gut fühle. Was möchte ich fühlen? Und das verändert sehr viel. Es geht oft nicht innerhalb von, ja viele sagen einfach nur einmal mit einem Handschlag. Ja, ich kann mich jetzt gut fühlen, nur die Macht der Gewohnheit ist so stark in unserem Körper verankert durch Hormone. Weil Gefühle haben Hormone und die werden ausgeschüttet und wir fühlen dann zum Beispiel wieder den Mangel. Das heißt, ich kann fünf Minuten Fülle und Reichtum fühlen, aber danach gehe ich wieder zurück ins Unbewusstsein. Weil wir sind nicht den ganzen Tag bewusst, da haben wir die Energie nicht für den ganzen Tag. Und ich falle wieder runter, zurück unbewusst zu sein und fühle wieder den Mangel. Deshalb macht es Sinn, sich eine Erinnerung ins Handy zu machen, jede Stunde, wo ist gerade mein Fokus. Und ich kann dich ja fragen, gibt es etwas in deinem Leben oder besitzt du etwas in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst? Weil es existiert dann auch wirklich nur, wenn du ständig daran denkst. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich selbstständig bewegen kann. Mein Herz schlägt ganz ohne Probleme. Ich kann hören, ich kann riechen, ich kann schmecken, ich kann sehen. Bei mir funktioniert in meinem Körper alles so optimal, dass ich einfach selbstständig sein kann. Das ist ja schon, das ist ein Geschenk, das ist unglaublich. Und wenn ich mich darauf fokussiere, was sende ich aus? Fülle und Reichtum. Du kannst dich fragen, es gibt noch eine andere Frage, fokussiere ich mich gerade auf das, was ich kontrollieren kann in meinem Leben? Oder eher auf eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann? In unserem Leben gibt es immer Situationen, auf die wir keinen wirklichen Einfluss haben, weil es im Außen ist. Und wenn ich mich darüber ärgere, traurig bin, depressiv bin, enttäuscht bin, ist mein Fokus ständig nur darauf, was ich nicht kontrollieren kann. Akzeptieren das, was gerade ist, das hilft dir da rauszukommen. Wo sind meine Gedanken ständig? Sind sie ständig in der Vergangenheit, ständig in der Gegenwart oder ständig in der Zukunft? Ich gehe stark davon aus, dass die meisten nicht ständig in der Gegenwart sind. Bei mir ist es auch so, ich bin nicht ständig in der Gegenwart, wenn ich bewusst bin, ja. Aber die unbewussten Momente, da bin ich ständig, also bei mir ist es mehr immer die Zukunft. Ja, was ist noch zu erledigen? Was ist noch zu tun? Sind wir ständig in der Zukunft, können wir bewusst daran arbeiten, unsere Gegenwart besser zu gestalten. Wenn ich jetzt schon daran denke, ich möchte mich in Zukunft besser fühlen, was kann ich tun? Bin ich ja mit Gedanken zwar in der Zukunft, aber ich arbeite an der Gegenwart, dass ich mich danach besser fühle. Wenn ich ständig in der Vergangenheit bin, kann ich damit nicht so viel verändern. Und allein mit diesen Punkten kannst du dein Leben positiv gestalten. Noch eine letzte Frage, die du auch in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wenn du in Situationen bist, die gerade nicht so gut laufen, kannst du dich gerne fragen, was bedeutet das für mich? Weil Situationen haben nur den Wert, den wir, oder die Bedeutung, die wir ihr beimessen. Ich kann überlegen, warum passiert das immer mir? Das ist bestimmt die Strafe Gottes. Ich bin so ein Pechvogel, warum immer nur ich? Das ist eine Frage, oder? Ist es gerade eine Erfahrung, die mich stärker machen soll? Was habe ich daraus zu lernen? Wie kann ich das in Zukunft verbessern? Wie kann ich selber charakterlich stärker werden? Wenn ich zum Beispiel erniedrigt werde, kann ich jetzt stundenlang rumheulen, wie gemein die Welt ist, oder überlegen, was kann ich tun, um Zukunft diese Erniedrigung nicht noch einmal zu erleben? Und dann überlegt man, überlegt man, irgendwann kommst du alleine drauf, mein Selbstwert stärken. Ich selbst muss mich wertschätzen und lieben, dann kann mich ja eigentlich keiner erniedrigen mehr. Und das sind so Punkte, wo du selber an dir arbeiten kannst und deinen Charakter stärken kannst, dein Selbstbewusstsein stärken kannst, dein Auftreten auch vor anderen Menschen. Und ja, damit entlasse ich dich jetzt in deinem Tagesvideo, soll nicht zu lang werden. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, dein Leben positiver zu gestalten und ein bisschen inspirierter durch den Alltag zu gehen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend oder Tag, wo auch immer du bist und bis zum nächsten Video.